Chat, ich habe mit Playboycardi telefoniert, er kommt wahrscheinlich zu mir ins Stream. Er kommt wahrscheinlich zu mir ins Stream, Chat. Playboycardi kommt zu mir ins Stream. Er kommt in den Stream, Chat, so. I love you. I love you. 2024 Music. I love you. Thank you. Thank you. I'ma go back to the stool. I'ma go back to the stool. Thank you, Aaron Ross, for the hospitality. Voll der 80, Digga. Voll der 80, Bruder. Was ist Playboycardi für ein Schwanz? Niemals war das der echte, also größte NPC, wer sowas sagt. Brüderlich. Also, Bruder, jeder, der Cardi noch nach der Scheiße verteidigt, ist ein Opfer, Bruder. Guck mal, Chat, ich bewerte die Situation so. Okay, pass auf. Digga, er hat fucking Playboycardi in seinen Stream bekommen, Chat. Der Typ hat seit Jahren keine Interviews mehr gemacht, Bruder. Hier hast du den kompletten Stream, mein Bruder. Sechs Minuten. Sechs Minuten. Aiden, Ross, Cardi, Fullstream. Sechs Minuten. Aber Cardi hat das Geld nicht bekommen, Chat. Aiden hat das gesagt, Cardi hat das Geld nicht bekommen, Chat. Also, er hat nicht alles bekommen. Ich glaube, Chat, das ist Cardis Managerin, ne? Oh, das war so unangenehm. Oh mein Gott, das war so unangenehm. Das war so unangenehm. So, das war die Grammys. Brodski wird gedohnt, oh Walt. So unangenehm. Red doch wie ein Mensch, Morrog. Warum setzt er sich nicht hin? Mit seiner Darth Vader-Maske, Bruder, er f***t mich so ab, ne? Guck mal, wie er aussieht, Bruder. Wie ein Schaitan. Tui, auf seinen Kopf landet. Ekel, guck dir, guck dir, guck dir, guck dir, guck dir, an alle die Playboycardi so, Bruder, guckt ihn euch doch mal an, ja? Guckt mal, wie der aussieht, Morro, guckt mal, wie der aussieht, Bruder. Er sieht aus wie ein P***er, Bruder. Bruder, das Ding ist, der Raum war dunkel, weil die leben ja so einen dunklen Lifestyle. Es ist aber trotzdem so krass, Bro. Es ist so krass, dass er f***ing Cardi in seinem Stream hatte, Bro. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich, wirklich krank, finde ich. Bruder, der hat einfach Cardi in seinem Stream, ne? Ich f*** das aber schon crazy, ja. Ey, Chad Aiden hatte 500k oder so, ne? Der hatte 500k Viewer, Bruder. 700k, gut, das Ding ist, Chad, ich würd mal gerne wissen, wie viel er auf Twitch hätte, weil Kick kann ich nie so ernst nehmen, so mit Zahlen. Ich weiß nicht, wie das da so ist, weil man hat immer zu viel gehört, wisst ihr? Aber ich glaube, Chad, wie viel denkt ihr hätte Aiden, wenn er Drake im Stream hätte, wisst ihr? Weil ich, das hat sich letztens mit Roart mal gelabert. Und wir hatten so darüber geredet, Bruder, wer kriegt, also wer hat mehr Zuschauer? Eine Million? Ne, ich glaub nicht. Weil das Ding ist, Chad Cardi ist schon so dieses Rare und so, weißt du? Bro, will einfach ein Outfit check, hä? Das ist mein Outfit, Black, Nike, Air Forces. Ja, 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 ja. One day you gotta get me right, though. Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, bror. Bruder, es ist so weird, ne? Video ist zu leise. Nein, bruder, das Video ist nicht zu leise, es ist auf voller Lautstärke. Der Eddie flüstert halt einfach nur die ganze Zeit. Bruder, der hat irgendeinen Tick, kann das sein? Nein, der sagt das auch auf seinen Konzerten immer. Love you, love you, thank you, thank you. Stay safe, stay safe, love you, love you. Chad, denkt ihr, Playboy Cardi ist autistisch veranlagt? Hold on. Wait, talk real quick. Love, love, love you, thank you so much for everything. 2024 Music. Nein, der hat, Chad, der hat Prozente. Chad, ich sage, Playboy Cardi kann parken, wo er will, weil er aktiv einen Schwerbehindertenausweis vorne hat, bruder, bruderlich. Bruder, das geht nicht. Auch auf seinen Konzerten immer. Thank you, thank you, love you, thank you, stay safe. Immer, auf seinen Konzerten-Rolli-Leute, der hat es immer gesagt. Thank you, Aiden Ross, too, for hospitality. Got you, bro. It's important that we have, like, you know, good bonds with the streamers. Good bonds with the streamers, du Peach, hast alles gefickt. Eddie, we gotta sign him full time to kick. Put the camera up a little bit. A little bit more. There you go. You playing games and shit, video games? Haha, ja, Cardi. Schnell der Sportchat, so eine Runde, FIFA, Cardi vs. Aiden, wie geil wäre das? Gruck, danke fürs Sub. Okay, das fand ich halt irgendwie, also, das fand ich krass von Aiden, dass er sowas fragt, weil das ist irgendwie so eine unangenehme Frage, finde ich, finde ich auch. Also, wer sagt, guck mal, Chad, brüderlich, wer, wer sagt, das ist aber Joke, ich war ja aber trotzdem, Bruder, wer sagt, Chad, dass das nicht Cardi ist, ist aber auch ein bisschen rare. Also, Michi meinte auch, das ist nicht Cardi. Ist so ein Bruder, das äh, weißt du? So, how's that album coming along? It's coming along good? You excited for it? So excited. Yeah, bro. Anything you could tell us, tell the people? Mind blowing. Ja, genau, er hat dann dasselbe Outfit wie bei den Grammys an. Mind blowing. Der war ja bei den Grammys vorher. My very best. It's actually insane. 2024. Once again, thank you for everything. Oder gibt er den Mikro von deinem Blot, ich f*** ihn gleich. Everything, I love you, bro. You know, I wouldn't be here with anybody, so. Thank you again. Ederos, thank you. I got you, brüffle. Yeah. Um. Danke, Gerrit. Danke, brüffle, like, it's just crazy, you're actually here. I really appreciate it. I honestly didn't think it was gonna happen, brüffle. I didn't think it was gonna happen. I know you're very busy, you're locked in the music and stuff, so. Wisst ihr, was mich abgef***t hat? Guck mal, das Ding ist, für Aiden Ross ist es ja auch schwer, weil Cardi ist halt einfach schwer so als Mensch, ne, so Ding, weißt du. Aber ich finde, Aiden war mir ein bisschen zu ruhig, weißt du, er hätte mehr so auch mit ihm reden müssen, so ein bisschen. Also natürlich ist es schwer, mit Cardi zu reden, brüffle, das willst du sagen, weißt du. Was mich ein bisschen abgef***t hat, es war immer so still. Wie viele von euch würden, wenn sie mit dem Cardi, brüffle, was man da alles fragen, der antwortet halt nicht. Es geht, es geht sogar, Yoski, es ist halt schwer, mit dem zu reden, safe. Er hat probiert und wurde Donowold, ja, das stimmt schon, aber, brüffle, stell dir vor, er hätte ihn jetzt mal gefragt, spiel ein Snippet oder so, brüffle, das wäre so geil. Boah, ja, Aiden wurde auch manchmal ignoriert, ja, das f***t halt schon ab, das ist halt unangenehm, man will dann auch nicht so viel nerven und fragen. Ja, okay, gut, guck mal, zum Beispiel sowas, brüder, er fragt ihn, wie war dein Tag, brüder, er lacht einfach, was genau? Voll unangenehm, Digga. Ja, danke dir so viel, mein Freude, zurück in das Studio. Boah, ich glaube, Aiden war da richtig abgef***t, ne, wo der gesagt hat, let me mute, real quick, guck mal. Boah, der war da, glaube ich, richtig sauer, brüder, der war da, glaube ich, richtig sauer, brüder. Also, ich glaube, Cardi hat es auch ein bisschen underrated, brüder, was das, also, ich glaube, den juckt es ja eh nicht so, brüderlich, ne, aber, Bruder, das Ding ist, der wurde totbeleidigt auf Insta, ne, in seinen Kommentaren. Ey, guck mal, Chat, seht ihr die Kommentare? Digga, er wurde totge- Chat, er wurde totbeleidigt, ne, er wurde totgehatet, seine Managerin ist privat gegangen, Chat, und seine Schwester, Chat, wurde auch totbeleidigt auf Twitter, weil die so frech war und irgendwas gesagt hat, die so, ihr habt morgen Schule, geht schlafen oder so. Digga, guckt mal, wie, er tot, Bruder, er wird totgehatet, Chat. Die haben Adressen und so gelegt, Bruder, verdient, komplett verdient, Bruder. Das Ding ist, ich hätte es niemals gedacht von der Playboy-Cardie-Community, dass die es machen so, weil das ja eigentlich so voll die D***er sind, brüderlich.